Wie wäre es, wenn du für 45 Minuten Zeit einen Satz 200 Euro sicher verdienen könntest? Jetzt werden die einen sagen, klingt cool, erzähl mir mehr, die anderen werden die sagen, ah, da wird irgendwo ein Haken sein, das ist bestimmt nur eine Falle und in Wirklichkeit kriegt man das Geld nicht. Als Anwalt sind wir immer wieder damit beauftragt worden, die Seriosität von Geschäftsmodellen zu überprüfen, zum Beispiel von irgendeiner tollen Erfindung, wie aus Altöl frisches Dieselöl gewonnen wird, wie durch gebrauchte Lebensversicherungen eine großartige Rendite erzielt wird oder Schneeballsysteme, die nicht von vornherein als solche zu erkennen sind, die trotzdem aber großartige Renditen versprechen. Und was mir dabei auffällt, ist, dass Juristen idealerweise etwas anders an solche Fragestellungen herangehen als normale Menschen, die nämlich in erster Linie nach einem Haken suchen, die durchschauen, versuchen das zu durchschauen und hinterfragen die typischen Fragestellungen, die typischen Täuschungsmanöver. Und wenn sie dann nicht fündig werden, fallen die Zweifel irgendwann und man sagt sich, okay, ich könnte das ja machen. Und das möchte ich an diesem Beispiel mal kurz zeigen. Hier geht es um Sportwetten und das Versprechen eines Schweizer Unternehmens, ist, wenn man seinen Namen zur Verfügung stellt und ein Konto eröffnet, und das kostet etwa eine halbe oder dreiviertel Stunde Zeitaufwand, bekommt man einen Gewinn von 200 Euro im Rahmen der nächsten paar Wochen auch ausgezahlt. Und wenn man dann recherchiert, stellt man fest, dass diejenigen, die es gemacht haben, von positiven Erfahrungen berichten, vielleicht hat es mal ein bisschen länger gedauert, vielleicht war noch hier und da eine Rückfrage nötig, aber der Support war super und das Geld kam an. Und dann könnte man sagen, scheint ja so gefährlich nicht zu sein. Wenn man sich dann noch anschaut, wo kommt das Geld her, stellt man auch fest, das ist plausibel. Das Geschäftsmodell funktioniert also so. Bei Sportwetten gibt es Anbieter, die Neukunden ein Spielgeld zur Verfügung stellen, was man einsetzen kann, mit dem man dann aber richtiges Geld verdienen kann. Damit versucht man neue Kunden zu gewinnen. Gewinnen anzufixen, könnte man auch sagen, die eine ganze Weile Spaß haben und dann, wenn das Geld verbraucht ist, vielleicht mal eigenes Geld einzahlen oder auch nicht. Oder auch sich den Gewinn, der dann freigespielt wurde, auszahlen lassen. Man kann also, wenn man 100 Euro Guthaben hat, das einsetzen. Und wenn dieses Geld einmal eingesetzt und wieder gewonnen wurde, kann man es sich auszahlen lassen. Und jetzt haben sich die schlauen Leute in der Schweiz gedacht, das kann man doch bestimmt geschickter anstellen, dass das Geld eben nicht verloren geht, sondern freigespielt werden kann, ohne großes Risiko. Und die Idee dahinter war dann also, dass man auf Sportwetten setzt, wo man auf alle denkbaren Ereignisse mit der entsprechenden Quote so setzt, dass immer ein Gewinn rauskommt, dass also der Einsatz möglichst vollständig erhalten bleibt, dass man zum Beispiel am Fußball auf Sieg, Niederlage oder Unentschieden setzt mit der entsprechenden Quote. Und wenn das viele Leute machen, wenn man viel Geld verwendet und wenn man viele Wettanbieter dafür einsetzt, kann man damit richtig viel Geld verdienen, weil jeder Neukunde hat dann ein Spielgeldguthaben von mehreren 100 Euro. Wenn man es schafft, das frei zu spielen, kann man also Geld verdienen oder von den Wettanbietern abziehen, wie auch immer man das nennen will. Und das, was man jetzt überprüfen muss, wenn man die Seriosität oder die Sicherheit eines solchen Geschäftsmodells betrachten will, ist eben nicht nur die Frage, kriege ich mein Geld, sondern mache ich mich strafbar oder laufe ich Gefahr, auf Schadensersatz oder Rückzahlung in Anspruch genommen zu werden. Und da schauen wir Juristen dann ins Kleingedruckte, dort, wo normale Leute ungern hinschauen. Und dann findet man heraus, dass natürlich die Wettanbieter, die ja hier die Geschädigten wären, genau diesen Fall schon antizipiert haben und also entsprechende Spezialregelungen für diese Willkommenbonus-Spielgeldguthaben vorgesehen haben, dass sie also genau dieses Freispielen durch gegenläufige Wetten oder durch Wetten über Systeme verbieten. Mit der Folge, dass man zum Beispiel dann gesperrt werden könnte, das könnte man sagen, ist noch verschmerzbar, dann halt die nächsten Wettanbieter. Aber nachdem es verboten ist in Geschäftsbedingungen, hat man eine Pflichtverletzung, die dazu führen würde, dass man sich schadensersatzpflichtig macht, wenn man dagegen verstößt. Und das wiederum führt dazu, dass derjenige, der also auf diese Weise Geld verdienen will, entgegen den Spielregeln sich sogar strafbar machen könnte wegen Betruges. Also wer bei sowas mitmacht, könnte möglicherweise bei genauerer Betrachtung sich strafbar machen wegen Betruges. Und zwar nicht nur wegen der 200 Euro, sondern wegen des gesamten Geldes, denn das Schweizer Unternehmen verdient auch noch eine ganze Menge dabei. Oder was eben auch möglich ist, ist, dass er auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird für das Geld, was dort verloren gegangen ist. Die Wahrscheinlichkeit, damit aufgedeckt zu werden, ist im Augenblick allerdings nicht sehr hoch, weil die Schweizer versprechen, dass die Konten ganz schnell wieder gelöscht werden und keine Daten mehr vorhanden sind. Allerdings haben die Schweizer sich auch deswegen wahrscheinlich gerade in der Schweiz angesiedelt und Kunden, die nicht in der Schweiz sind, akquiriert, damit durch die Grenzüberschreitung eine Rechtsverfolgung möglichst schwierig ist, sodass sowohl die Spielteilnehmer, die hier angeworben werden, als auch die Wettanbieter es nicht so einfach haben, gegen das Schweizer Unternehmen durchzugreifen. Fazit ist also, man kann das machen, es ist möglicherweise strafbar, führt möglicherweise zu Schadensersatzansprüchen, aber die Wahrscheinlichkeit, aufgedeckt zu werden, ist nicht so hoch. Kann man sich also überlegen, ob man trotzdem eine Straftat begehen will, nur weil man nicht entdeckt wird. Man kann sich natürlich auch überlegen, vielleicht sind einige Wettanbieter aber auch so ausgestaltet, dass sie im Kleingedruckten kein Verbot dafür haben oder vielleicht gibt es hier eine vertragliche Lücke. Mein erster Eindruck bei der Prüfung war jedoch, dass es vermutlich keine so gute Idee ist.